Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Dead by Daylight. Oh, hi Lara. Oh, hi, ich bin nicht alleine. Ich bin Freddy. Ich bin Freddy. Oh nein. Das kickt nicht. Ähm, Freddy fand ich eigentlich ganz nett. Sympathischer Typ. Sympathischer Typ, muss ich sagen. Okay. Lara folgt mir jetzt und kann zu meiner Toxigkeit mitgucken. Außer ich verkack diese Runde dezent. Den Totem? Nein. Oh, ich muss Totems machen. Bitte lass mich die Totems machen. Ich muss neun Totems machen. Ich muss neun Totems machen. Da ist mein Totem. Ein Leuchtungstotem. Warte, es leuchtet. Ich guck mal, ob wir Ruin haben. Und hier der Gem? Ich mach's jetzt einfach. Vielleicht sterben wir alle, weil ich es mache. Aber vielleicht ist es auch hilfreich. Auf jeden Fall, wir haben keinen Ruin. Oh, oh. Oh, oh, da hinten kommt er. Ich bin jetzt fängstig. Ren! Was denkst du, was ich mache? Nichts. Hast du irgendeinen Minus? Okay, er rennt hinter dir her. Oh, ich bin in der Traumwelt. Oh no. Wir sind alle in der Traumwelt. Oh! Er ist weg von mir. Wer holt der denn bitte aufs Cover? Wunder. Weiß ich nicht. Oh mein Gott, ich hab voll die Palette. Hast du gewastet? Machst du das nicht ständig? Nee. Wieso bin ich hier im Chase? Lara war doch grad im Chase. Er rennt nicht hinter mich. Ich nehm eines drück. Ich find die doch nicht sympathisch. Er hat mich geschlagen. Find ich nicht geil. Ich check ihn nicht. Ich auch nicht. Vielleicht ist er verwirrt. Ich bin auch öfter mal verwirrt. Oh, er ist hinter mir! Wo kam er denn noch einmal her? Ja, du bist ja echt ein Snoop. Gott! Ich traue nur ein Generatloch. Das ist echt dumm. Also eher ein Fake Palette, meine Freunde. Okay. Fake Palette. Oh nein. Ich brauche ein Fake Palette. Oh Gott, bitte lass das nicht. Ich bin nicht mehr im Chase. Wenn ihr weg geht, bitte! Ja, war doch grad hinter mir! Ja! Naja, das hätt ich jetzt auch gesagt. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 4. 1. Er ist von mir. Er ist von mir. Er ist von mir. Stichي warent. Er ist von mir! Ich bin in der Nähe. 1. Ich hab deposits käytet. 1. For! 2. 1. 2. 2. 2. 2. 1. 4. Issach. Oh, hi, da bist du ja! Was hat der für ein Ring, ey? Der stand ja fünf Meter weit weg. Okay, ich weck euch mal auf. Ja, ist mein Box direkt da, oh mein Gott. Alter, was machst du da? Na, ey, was hab ich denn heute? Ja, was hast du denn heute? Bist verwirrt, genau wie ich. Ich bin auch öfter verwirrt. Der ist für die Generation, um schneller bei dir zu sein, ey. Okay, Sel, wo bist du? Dann kann ich dich unterschutzen. Warte, bitte, gehst du auch weg? Ähm, hinten? Ah, kein weg. Oh Gott, das ist ja. Ich muss was sagen, ja, es kommt wieder hin. Oh, Computer, ja. Oh, ihr habt einen schon, der hat das ausgelöst. Oh nein, bitte, komm. Ich dachte, du hast ein DC. Hier. Oh Gott. Ich hoffe, er ist ganz so richtig dumm in seiner Bank. Er läuft jetzt lagern wir hier, glaube ich. Nee. Ja, aber da wird es gut auch sein. Aber ich bin noch beim Generator. Oh, lol, wir sind alle noch hier. Mein einzelnschild, was hast du, wenn ich das nicht an dich habe? Ich bin hart zu beleidigen. Oh, das war eine Fake-Fallette, wo ich mich hingehört habe. Das war bei euch? Ja, wir bringen ihn mit. Was? Was hat der denn für einen Ping? Das sag ich ja, ne? Diese Reichheit ist einfach so viel gehabt. Alter. Du musst die Palette zwei Sekunden oder so früher werfen sollen. So, Nina, weck mich mal auf. Ach so. Ich bin schon gerade jetzt krank. Aber warum dauert das so lange? Ich hab ja gehört, weil ich mich grad selber aufgeregt habe. Oh Gott. Ist das, ist die Palette echt so, dass sie trägen? Äh, ist hier nur ein Gän-Fahrer? Was ist? Alter, wo ist das? In die... Bruder, warum regst du denn jetzt? Wieso regst du jetzt das Einzige, eins der mir? Weißt du, wie du genau neben was? Ich glaub, du bist sein Lieblings-Opfer. Was? Alter, was ist das für ein Pack-Lag? Ja, ich hab die Palette umgehauen. Aber bis dann, man lag... Oh, wieso werde ich aufgehoben? Das drehe ich nicht ein. Bruder, ich bin damit Waker. Also ich muss eigentlich die Leute dann... ...unterstützen, was das angeht. Täusche. Ich muss... ...der war wirklich nicht. Also Watch-Treuer. Hinter... Der Flüge kommt zum Antje. Ich versuch mich, Willz zu retten. Ich will, ich hab Speedo-Hilo! Du Punkte-Dieb! Achso, danke. Ich hab nichts gesagt. Komm zurück, pass auf! Halt! Speedo-Hilo! Ach, schaff' man noch, schaff' man noch, schaff' man noch. Mein Gott, ich glaub' der hat... der hat Dings hier. Was da ist, wo der Gentleman wieder zu kommen? Ich hab's nur Speedo. Ja, ich hab's halt auch zu sehen. Ich glaub' er will die, die aufnimmt. Aaaaaaah! Ich war noch einmal Dings. Ich hab' immer drauf meine Hausaufgaben gemacht. Das war dumm. Da such' Lara dann. Du bist schön. Wo rennt ihr denn da einfach? Ich brauch' keine Schütze, ich bin schon groß. Ja. Willst du mich aufwachen? Ich bin doch, ich bin selber grad eingeschlafen. Jetzt bin ich im Chase! Was ist das denn für ein Käse? Lauf! Wir müssen mal wieder Generatoren machen, Leute! Ich tu' das denn, ich bin ja verständlich gar nicht. Oh. Er hat mich. Pass auf, er kommt weiter! Bro! Mia, komm zu mir. Alles gut. Wieso war'n denn auf einmal wieder hinter mir? Warte, wo ist der Haken? Den sabotiere ich. Warte! Warte, was schaff' ich das? Ah, das hab' ich nicht! Es tut mir leid. Was kannst du überhaupt? Du Luke! Was soll ich machen, wenn ich verletzt bin? Er hat mich mit einem 300er gegen deinem Sonntag. Das war ein Scherz. Ich brauch' ein Fenster. Und ich weiß nicht, welche Palette echt ist und welche nicht. Du bist hier wieder mit ihm. Ich dachte, was weiß er denn, dass ich hier bin? Ja, Lara holen. Grüß Lara schon. Ich hol' mich, äh. Ich bin unter Michel. Grüß Lara. Oh! Messer seid echt sehr weit weg von mir. Ja. Ihr seid... Deswegen ist das Hacktrail. Wie ihr das so sagt, ne? Im Pausten. Oh! Hätt' jetzt irgendjemand nen Hip-Git-Hack-Hack-Hack-Hack-Hack-Hack-Hack-Hack-Hack-Hack-Hack-Hack. Oh, er kommt wieder. Gönn dir! Höh? Was hast du gemacht? Okay, wir müssen Generatoren suchen. Das ist hier ein bisschen schwierig auf der Map. Oh, die sagt Ping wieder. Hä, was für ein Speedboost? WTF? 20... In den Punkten bist du jetzt schneller. Hm. Ist das ein Kirk, oder was ist das? Ne, das ist von dem Event gewesen. Alter, so. Kann mich verheilen? Wenn wir dich finden, ja. Ich bin bei der kleinen... Also, ich bin bei der Hütte, wo jetzt der Keller ist. Nein, kannst du dich aufwecken? Oh Gott, du stehst. Wo seid ihr hier? Scheiße. Ey, ich bin bei deinem Haken nicht. Wir können uns gegenseitig sein. Ich weiß, kann mich wohl singen. Ich bin durch die Sau. Was ist denn... Say, renn mal die Straße rauf. Ren mal die Straße rauf. Ich bin ganz vorne. Bist du hier bei dem Jen? Ich bin gleich bei meinem Haken. Oh. Also, ich bin kein Essen entgegen gelaufen. Also, ich bin da, wo ich Katrin. Da, ich sehe dein Jen. Ich bin am Haus. Ja, stimmt. Du siehst du im Kopf. Ich sitz wieder im Generator. Ich versuch dann... ...Nest dann halt irgendwie mit meinem Breakout... ...um meine... ...Berktürkiste nach unten zu holen. Aha, er kommt wieder zu mir. Ja, er ist weg. Du kannst mir gerne behilflich sein. Ich renne jetzt auf die große Straße drauf. Ja. Ja, mach ruhig. Ich geh nicht drauf weg. Auch das... ...kommt noch eine Panzer wieder da drauf. Ah, was mach ich denn? Was zur Hölle? Nein, beide Fake. Oh, die war Fake. Oh, die war Fake. Die sind beide Fake. Ich hab beide umgehauen. Alter, was hat denn der für einen Ping? Das ist doch unrealistisch. Schaffst du nicht. Bei mir ist genau ein Haken daneben. Das darf ich nicht. I see it, I see it. Uh. Hm, hm. Wie hat er mich nicht ge... Ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist echt verwirrt. Ich steh mich den Ingenio! Also es fühlt sich wohl... Ich hab ähm... ...ne Lille Zeit. Okay, jetzt bringt die Lille Zeit... ...geht nichts mehr. Ich bin zu jung und zu schön, um zu sterben. Das sagen es alle. Ja, ich bin der jüngste Joppe. Okay, warte, ich wusste nicht, wo ich hinwollte. Ich wollte nicht, dass du direkt drauf gehst. Ich bin jetzt tot. Ey, wo bist du denn denn? Ach du Scheiße, da bist du ja wieder. Alter, der hat Props, ey. Oh nein, ich wollte Dings drücken. Alter, der hat echt so ein Ping, ey. Richtig unangenehm. Er hat bestimmt Hexern. Ach, scheiße, was kann ich denn bitte überhaupt? Ich hätte selbst so Sorge mitnehmen sollen. Ich bin jetzt tot. Ach, verdammt. I'm dead. I'm dead by daylight. Es war nett mit euch. Meine lieben Freunde. Oh, warte, 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 warte. Oh Gott. Ich schaff das? Nein, er hat mich hin, genau. Der hat mich abgeworfen. Selina, mach mal was. Check mein Hit. Pass auf, er rennt, genau. Was? Selina, er ist genau am Fenster dort. Oh Gott, er kommt zurück, er kommt zurück. Pass auf, er kommt selbst. Nein, er macht Jen. Nein, er holt mich. Du rettest Michel, Gammelsding, Hummels, rette Mannesdorf. Okay. Ich bin tot, ich bin dead am Hund. Was ist denn Jenfall? Was hätte dein eigenes Leben? Nein, zum Glück habe ich den Haken sabotiert. Oh Gott, ich kann mich frei-wiggeln. Nein, was ist denn der? Was ist meine Haken? Warum denn so schnell? Ah, er hat's nicht gesehen! Was machst du denn? Oh mein Gott! Ich habe noch die Hoffnung, einen Baum hin zu retten. Ich habe gerade nicht mitbekommen, dass er schon rot ist. Du hast doch drei Mal gesagt! Oh Gott, du bist hier. Du kannst rücken. Wickel mal, wickel. Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das! Ich schaff das, ich schaff das! Das Lauferei, genau. Ich fühle mich sehr. Scheiße, er ist bei ihm aus. Oh, ein Totem. Ah, er ist noch da. Scheiße. Die Paletti noch, ich wuuh! Scheiß, Katze. Ja die war noch echt! Das sind alle fake. Ich vertraue in keiner Falle. Ich riskiere dir mein Leben. Hi! Oh, du bist traurig. Ähm... Irgendwann muss... Er ist auf der Straße. Ich würde nicht auf die Straße laufen. Der ist doch mal mit Jen hier. Ja, Lara, zieh doch einfach durch. Ey, und ich renne mal nicht hier gerade durchs Haus durch, renne mal links lang. Oder mit Jen, ich komme jetzt nicht mit den Schmühlen. So, ich seile, ich versuche jetzt in deine Richtung zu kommen. Sie rennt hier echt. Ness, wo rennst du gerade mit ihnen rum? Wenn er sie respektiert, dann ist sie... Oh nein, ich hab doch B gedrückt, Alter. Das ist bei seinem E-Zelt falsch. Hier, ich komm. Ja. Ähm, du machst dann Jen, ich versuche, Vanessa zu retten. Ja, meinetwegen. Ich hab... Ich hab Speedo-Vido. Ah, okay, dann heil ich. Ja, komm. Na, was? Ja. Es ist echt praktisch, dass du Speedo-Hilo mit hast. Ja, ich weiß. Ich glaub, er weiß auch, dass wir zu unserem Park gesetzt sind. Hm. Ja, ja, kommt. Das schaffst du nicht mehr, oder? Doch, ich hab... Sehr gut. Ich hab den Skill-Checks getroffen. Ich hab den Skill-Checks getroffen. Exakt nicht. Du, rettest Vanessa. Alles klar. Er ist an meinem Elf. Ach shit. Ich kann ihn nicht mehr hinhalten. Ich kann ihn nicht mehr inhalten. Ach Mist, wie komm ich jetzt am. Ich schaff's nicht mehr. Doch. Er zeigt halt echt, welche Paletten echt sind. Das sollte er nicht machen. Ich schaff das mal. Du kommst genau an, wenn ich sterbe. Scheiße, wieso bin ich denn so langsam? Siehst du, in diesen Momenten brauche ich die Speedboost. Du schaffst es nicht, ich mache irgendwas anderes. Ich sterbe jetzt. Zurück, Jan. Oh nein. Klar, war, war, war die Türboot? Ja, es ging nicht schneller. Ja, nee, jetzt war ich traurig über das andere. Sie hat sie gerade gefakt, denkst du, ich seh das nicht. Mein Gott, hat die aufgeploppt. Ach, er hat die verloren. Er hat mich verloren, Leute. Verloren. Das ist und Jan habe ich bestimmt dreimal angefangen. Hm, traurig. Das ist leer. Keine Sonne. Ich hatte auch noch nicht. Ah, fack, ich hab die Kette dran. Sehr, sehr traurig. So, dann kann ich das jetzt so drauf tun. Ja, komm mal da weiter. Da gerade noch Jan. Er kommt da rein. Oh, er kommt da rein. Kommt da rein. Kommt nach links und rechts. Wir können doch nicht, du versuchst auch nicht Spuren. Du hättest doch... Weißt du, du hättest weg... ...sich so gut verstecken können. Er hat mich gesehen. Ich weiß. Ich kann nach Jan weg. Ich mach ihn einfach weiter. Ja. Er hat so durchhalte ich so aus. Ich weiß nicht so was. Da habe ich auch mein Glück. Ich bin da drüber. Okay, ich muss ungefähr noch 50 Sekunden. Ich bin da drüber. Ich bin da drüber. Es gibt keine Paletten mehr. Echt? Also, Sel, die Luke ist mitten auf der Straße. Ja, stimmt. Oh Gott, jetzt hast du auch gewusst. Du kriegst jetzt die Arzt von der Liege. Pass auf. Also, lauf, 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 lauf. Ja, ja. Ja, egal. Also, Sel, die Luke ist mitten auf der Straße. Die nimmst du, wo ich liege jetzt hier ungefähr, quasi. Am besten nimmst du die dann. Du musst doch direkt hinsehen. Du musst doch direkt hinsehen, die da sind. Das ist gut. Obwohl, du schaffst es nicht. Ja. Ich bin zwar direkt rot, aber... Es ist traurig, dass wir gegen einen reingucken. Die Killer von hier sind. Hm, naja. Ich bin zu früh im Geraden. Ich kann es nicht mal einschätzen. Mal Wiggle. Schade. Schade. Naja, aber die Folge können wir ja trotzdem nehmen, oder? Was? Die Folge können wir ja trotzdem nehmen. Wir haben gekämpft. Ja. Ja. Okay, und dann würde ich sagen, verabschieden Sie sich erst schnell von euch. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.